Ich bin Andreas. Das ist eines meiner T-Shirts. Und zwar der Spruch Feel the heat of your beat. Das soll uns halt so darstellen. Der Spruch sagt halt Fühle deine Hitze deines eigenen Beats. Und hier dann einen eigenen Beat. Seinen eigenen hat eine eigene Frequenz. Körperfrequenz sag ich mal. Und da und da muss es halt gehen. Und wenn du noch mal Energie brauchst, einfach nach dem Takt das Körper tanzen oder Musik machen. Was auch immer. Das T-Shirt besteht aus Baumwolle. Das ist jetzt runter. Gibt es auch noch in anderen Varianten. Wenn das T-Shirt klappt, dann dürft ihr es nur bei 30 Grad waschen. Und das ist auch wichtig. Damit das T-Shirt auch lange hält. Und ihr kennt ja auch meine anderen T-Shirts. Zum Tanz und Geboren. Und Bon Student. Und die habe ich auch schon jetzt fast 2 Jahre. Und ihr seht ja auch, dass es lange hält. Und die Qualität ist echt gut. Die Kernwacken ist echt super Sache. Und gleich werde ich noch 3 T-Shirts vorstellen. Da würde ich euch noch freuen. Und da werde ich jetzt mal den Menis Video aussehen. Und euer Indie. Tanz-Fiki Indie. Und dieses T-Shirt ist jetzt alle ins Gold. Das ist jetzt für die Bogenschützer und euch. Beim Bogenschützen. Ich bin seit 2002 im Bogenschützverein. Und da zuvor und all ins Gold. Wenn man halt beim Üben ist. Oder trainiert. Oder beim Turnieren ist. Sagt man halt all ins Gold. Das heißt. Trifft gut ins Ziel. Und ja. Das Design ist auch klasse finde ich. Und das Spruch ist auch top. Ja. Und ist wie gesagt auch so Baumwolle. Ist halt rundhals. Und gibt es auch in anderen Varianten. Und gibt es auch Hoolies und so. Zettel dazu. Und das T-Shirt werden wir so circa so im Shop kaufen. Und ja. Also Bogenschützelt euch. Kauft das T-Shirt. Weil da seid ihr so. Und dann in Farben. Nicht nur jetzt in Lachsrot. Sondern auch in Schwarz. Oder Dunkelblau. Und auch in. Auch in natürlich andere Varianten halt. Weiß und dann in Schwarz. Alles in Gold. Und ja. Ich habe euch das gesagt. Gefällt euch. Falls ihr kaufen wollt. Dann gibt dann den Gutscheincode 3.1 ein. Das heißt. Wenn ihr jetzt in dem Shop was bestellt. Dann drei Dinge bestellt. Dann kommt mir das dritte Produkt kostenlos. Und ja. Ich freue mich jetzt halt. Halt ob man Shop ankauft. Und falls mir das gefällt. Dann freue ich mich. Falls nicht. Ja gut. Dann. Dann ist ja halt. Meine Entscheidung. Eifelt mich auf mein Fall. Und damit bestützt mich auch. Und jetzt sag ich mal. Bis zum nächsten. Jetzt der T-Shirt. Neondenser. Ja. So jetzt mit. Habe ich jetzt. Das Neondenser. Habe ich mit. Mein Martellbet geschrieben. Halt ist jetzt so. Für die Disco. Geeichnet. Aber für. Tanzparty. Oder Event. Motto Partys. Wenn es eine Neon Party ist. Dann passt natürlich das hier sehr gut. Gibt es natürlich auch noch in Anfarben. Nicht nur Schwarz. Ist das wie der Rundhals T-Shirt. Ist auch von anderen Varianten. Jo. Und. Hoffe gefällt euch. Ja. Ist auch aus Baumwolle. Wie jedes T-Shirt von. Von Shirty. Ja. Und. Wenn ihr halt gerne tanzen. Dann passt das auch gut. Tanzvidi. Dann gleich mit Tanzvidi. Am Herzen bin der Andi. Das ist ein Tanzvidi T-Shirt. Für meine Fans hier. Und. Das ist auch in der Rundhals. Ist jetzt. Ist natürlich. In der Farbe. Ähm. Schwarz. Und könnt ihr auch in Doppelblau. Oder auch umgekehrt. In weiß. Und dann auch die. In Tanzvidi. Grün. Rot. Kaufen. Ist auch wieder Bauwolle. Ist auch in der Rundhals. Ist auch in angebehandten. Und auch Huts gibt es dazu auch. Und. Ähm. Auch. Ähm. Tragtaschen etc. Alles mögliche. Ja. Und zwar. Mein Machen. Ähm. Leinwand. Gibt es auch als Poster. Sollte irgendwie. Sollte vielleicht irgendwie. Aber wenn. Solltest du aus dem Wort. Aus dem Wort. Streichen. Denn. Das hindert dich eigentlich daran. Was zu machen. Und. Einfach machen. Und. Die Wörter halt. Ja. Du sollst solche Bremswerte. Sag ich mal. Nicht so verwenden. Weil die. Mindern deine. Ähm. Aussage ab. Deine Ideen. Und. Einfach machen. Das ist jetzt. 40x40 Größe. Ist aus Leinwand. Ist alles aus Holz. Wie ihr sehen könnt. Also. Handgefertigt. Und. Ja. Ist natürlich. Ist natürlich ein Produkt hier. Und. Sehr aufwendig produziert. Auch sehr gute Qualität. Ja. Und. Das könnt ihr so ungefähr für. Wie hab ich eingeben. Ich glaub. 25 oder 30 Euro. Eingeben. Ja. Geben. Und alle die Produkte. Die ich jetzt gezeigt habe. Und alle anderen Produkte. Und alles. Was ich noch im Shop habe. Also wenn ihr da jetzt. Ähm. Der Gutscheincode 3.1 eingebt. Dann könnt ihr. Und hier. Wenn ihr jetzt 3 Produkte gekauft. Halt. Wir bringen das letzte Produkt. Kostlos. Und so. Ja. Und. Ich sag mal so. Schön dass ihr zugeschaut habt. Was ihr macht. Und. Was ihr mir vorhabt. Außerdem ist positiv. Und. Ich wünsche euch viel Freude. Was ihr nehmt. Was ihr macht. Und dann sag ich mal. Bis zum nächsten Mal. Das wird jetzt. Da wo es so gefallen hat. Dann lasst ich da runter. Sag ich mal. Bis zum nächsten Mal. Und. Ciao.